Liebe Judith, liebe Judy, liebe Ben, liebe Freunde, liebe Kinder, liebe Gäste und alle, die ich jetzt in meiner Anrede vergessen habe. Wir freuen uns alle heute nach eurer standesamtlichen Traum am Donnerstag zusammen mit euch hier eure Hochzeit zu feiern. Was ist Liebe und was bedeutet Ehe eigentlich, wie soll eine gute Ehe aussehen? Ihr habt euch für einen gemeinsamen Weg entschieden, den alle hier Anwesenden gerne begleiten möchten. Ich möchte dabei die Gelegenheit nutzen, vor allem eine Sache immer wieder herauszustellen und zu betonen. Eure besondere Energie miteinander, eure Energie mit euren Familien und Freunden und eure Beziehung, an der so viele Menschen nicht nur heute Freude haben. Ich möchte dabei die Gelegenheit nach. Ja, ich möchte da. Auf jeden Fall,test du dich nicht mehr gleich. Helden, dich nicht mehr. Ich möchte da. 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 Ich bin echt so geflasht, ich kann es gar nicht anders sagen, dich so zu sehen, das ist der Hammer. Wir freuen uns heute echt extrem in der ganzen Runde mit euch, mit unseren Allerliebsten zu feiern, weil das bedeutet uns sehr viel, dass ihr heute hier seid. Ihr habt uns die letzten Jahre begleitet und unterstützt. Wir freuen uns heute, wenn ihr euch habt. Untertitelung des ZDF, 2020